Moin moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Weekly Chest Opening mit eurem Brocken. In dieser Woche wird das Weekly Chest Opening relativ kurz, denn wir waren sehr genügsam, was das mythisch Plus machen angeht. Wir waren nämlich nur mit unserem Krieger drin. So begutachten wir nun, was unser Krieger hier hoffentlich in der Weekly Chest zieht und hoffentlich dieses Mal was Anständiges. Einen Gürtel damit bezweifle ich, dass es anständig werden könnte. Wird wahrscheinlich nichts, habe ich mir schon fast gedacht. Wir haben hier nämlich schon mal Crit und Vielseitigkeit. Crit ist ja einfach unser bester Wert, Vielseitigkeit nicht. Aber wir haben hier einen Sockel, dann gucken wir mal hier. Ja, Crit und Tempo. Dadurch, dass wir hier natürlich einen Sockel haben und mehr Crit drauf haben, bleibt dieser Gürtel hier einfach da. Und dieser Gürtel verschwindet dann leider wieder in der Versenkung, so wie es einfach sich gehört. Ja, meine lieben Freunde, das war es auch schon wieder mit dem Weekly Chest Opening für diese Woche. Wie man wieder gesehen hat, hat der gute Krieger hier leider kein Glück gehabt, hat einfach nur wieder Müll gezogen. Da fragt man sich doch manchmal, für was rennt man denn überhaupt noch diese ganzen mythisch Pluskeys, wenn man sowieso am Ende nichts bekommt. Und ich auf jeden Fall hoffe, ihr hattet wenigstens in eurer Weekly Chest guten Loot drinnen, der euch ein bisschen vorangebracht hat. Wenn ja oder auch wenn nicht natürlich, schreibt es mir doch gerne unten in die Kommentare einmal rein. Wie sah euer Loot für diese Woche aus? Hattet ihr was Gutes? Hattet ihr was Schlechtes? Oder war es vielleicht sogar ein Mega Boom, Mega Boost und ihr habt euch einfach mega gefreut? Schreibt es mir unten einfach in die Kommentare, würde mich sehr freuen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da, dann weiß ich, dass es euch gefallen hat. Ansonsten, wenn ihr von mir nichts mehr verpassen möchtet, so könnt ihr jederzeit gerne unten rechts einmal auf Abonnieren drücken, dann seid ihr immer auf dem Laufenden, was ich gerade wann, wie und warum mache. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen, angenehmen Tag. Haut da rein, ich bin raus, euer Brocken.